Das Thema seiner Lesereise ging ja in 10 Tagen mit 5 Lesungen in das ganze Banat, 4.2, 4.7, Borschau war vielleicht an der Donau. Das Thema ist also ein lüdisches Einricht, das Hauptthema, die Präsentation seines neuen Lüdigbuches. Dazu noch etwas, also ich kenne wenige Leute, die so beharrlich den Stillstand in die EU-Pause scheuen. Das ist Hans Dama, kein Deutschversichter, der immer das aktive Leben sucht. Und diese Lesereise ist ja auch so ein Kraftakt. Dazu sollten noch Lesungen im Umgang sein, aber dazu ist es dann nicht gekommen. Also es geht über die Österreichs Bibliothek, Erste Station nach Reschica, nach Lugosch am Sonntag, dann Gutenbrunn und Hartzburg. Ja, als ich sehe, Semenik, Marosch, Donaufe. Ja, Bussau. Zu seinem neuen Lüdigband Dornenpflaster drückt uns Wiener Autor mit Banaterwurzel Hans Dama einen feinen Schlüssel schon in seinem Geleitwort bereitwillig in die Hand. Er sagt, das Leben sei ein Begehen des Pflasters auf den symbolischen Dornen des Alltags. Also daher der Gibliothek-Dornenpflaster mit dem schönen Bucheinwand. Ein schwermütiger Grundton ist da herauszuführen im Allgemeinen. Nicht umsonst erinnert man sich bei Hans Dama an seine deklarierten großen Vorbilder aus dem Postmitter aus Lena und Nihal in Nesko. Wie schon in seinen letzten Gedichtbänden, Schatten der Zeit, im Werbekreis vergehen, Banat Gedichte, ja, glaube ich, auch von dir im Vorjahr hier präsentiert wurden, die Banat Gedichte. Wie schon in diesen Bänden angestimmt, wird seine Hinwendung zum Gedankengedicht in diesem neuen Band noch präkanter. Dem Band stellt der Lüriker als Motto einen Satz eines großen Lürikers und Denkers zugleich für die Schilder voran. Einfachheit ist das Resultat der Reife. In einem Vorwort hatte der mensuellen Teatorkritiker Cornelio Coriano Maldama einen Poeten der traditionellen Welt genannt. Er ordnete ihn da unter die Glückwischen. Das Exil hätte ihn nicht von der Heimat, den wahren Werden des Lebens, entfremdet. Und dabei kämpft bzw. schreibt der Lüriker selbstverständlich gegen den Strom an in einer nicht gerade kultur- und lürikfreundlichen Zeit. Interessant ist, dass der Dichter Hans damals in seinen Versen vor einem Hüter sich zu verschlüsseln ist, seine Leser schwer zugegeben zu machen. Der Dichter ist auch Zeitloser. Er geht mit der Zeit, resoniert und reflektiert sich ohne Pardon. So in Gedichten wie die Einbahnstraße, Untergang, die Früchte des Gartens Hedern. Das flüchtige, zerrinnende Leben kann eingefangen werden. Es ist zu entziffern. Und noch mehr, es ist in Fersen nachrechtsbar. Er scheut es nicht die großen Themen unserer Gegenwart, mit all den Ängsten, dem Zwiespalt unseres Alltags, leider von viel zu viel Ballast und Politik angereichert, die gar nichts mehr Poetisches zu haben scheinen, lyrisch und vor allem kritisch zu verarbeiten. So in Volksmanipulation, dem Gedicht das Arbeitsamt, das heute, das seid ihr. Dazwischen beschwörter Dichter innehalten immer wieder leitmotivisch seine unverlorene Kindheit die samt und aber auch schwermütige Melodien der Baratheide, die ihn noch heute wie vor vier Jahren in gleichem Maß berühren. Der Dichter sagt treffend in einem Gedicht, das Fernweh im Nacken, das Heimweh im Gemüt. Wenn es da ganz rar auch mal ein Gedicht über die Fremde, die absolute Fremde, für uns eine weite, fast ungeblich scheinende Ferne zu lesen gibt, wie Wüstenburg im Oman, so erscheinen uns dem Banateleser seine einfühlsamen Banatgedichte wie ein spätes poetisches Geschenk dieses Autos. So macht damals, der dieses Thema bestens kennt, ein gelungenes Porträt des Banatas Schwaben in diesem Band, das heißt Der Schwabe. Oder er spricht uns mit seinem, wie von den Augen des Kunstfotografen gesehenen, Gegenwartsbild des Banatas Dorfers. Schwabenhaus in Banat. Er spricht uns also mit diesem Gedicht so richtig aus dem Herzen, aber auch ins Gewissen. Nicht zuletzt seien da die zahlreichen Gedichte, die der Stimmungsflüge mit der Einbindung der Naturelemente zugeordnet werden können, hervorzuheben. Übrigens, es scheint, dass ein Ort aus seiner nächsten Nähe der Wienerwald so recht zu seinem dichterischen Gebiet passen würde. Zerwenen hier unter anderem Morgenstimmung im Wienerwald, Sommernacht im Wienerwald oder Abendhimmel über dem Wienerwald, Herbstwald und so weiter. Natur, wo sie auch immer ist, ist auf Heimat, Heimfern. Das poetische Sagen kommt da nicht herum. Ein wohl für die Thematik seiner Lyrik bezeichnendes Gedicht ist da Heimwärts auf Herbstwege. Abzusehen davon, dass ich subjektiv sein könnte, diese lyrischen Stimmungsbilder gehören zum schönsten und feindlichsten, was dieser neue Band von Hans-Dama zu bieten hat. Danke. Danke schön, Herr Weitz für diese Präsentation. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Fall ist, aber ich stelle die Frage, ist jemand, der eventuell ergänzen möchte oder Herr Weitz eine Frage stellen würde? Vielleicht, ja, ist er besser. Dann geben wir das Wort Nürnberg auf. Danke schön. Ja. Danke, liebe Walter Sand, für die hohe, vollende Präsentation. Es wurde hier ein Gedicht angesprochen, Wüstenburg im Omanen. Ich war mit einer internationalen Romanistengruppe unterwegs im Sultanat Omanen. So bin ich zu diesem Gedicht gekommen, genauso wie ich unterwegs war bei den Mayas in Yucatan oder in Andalusien bzw. auf Madeira. Und so ist also dieses mit dem sonderbaren Titel Klingeln in Wüstenburg im Omanen zustande gekommen. So, ich habe mir Folgendes gedacht. Ich werde sie nicht mit der Vanater Thematik langweilen, sondern die oft zitierte Nähe zum Wiener Wald. Und diese Wiener Wald-Gedichte möchte ich Ihnen heute zu Gehirn bringen. Irgendwie als Verbindung zur Österreich-Vipothek. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Thema. Ja, da habe ich mir einiges festgehalten. Gleich der Abendhimmel über dem Wiener Wald. Der Abendhimmel neigt sich nachtwärts. Gefräßig schluckt das gierig Dunkel die rosa Streifen auf über den Wiener Wald. Das Grün des Wiener Waldes strotzt jedoch vor Selbstbewusstsein. Überheblich. Beständigkeit ist ihm gewiss. Sein Ewigkeiten triumphiert verwöhnt. Doch nun, es brennt scheinbar der Hügelrücken vom Rosafeuer lieblich mild. Als letzter Abendgruß mit Feuer, aus dem die Macht des Tages nochmals wild. Und jetzt die Morgenstimmung im Wiener Wald. Der Tag belegt schläfige Gräser. Der Waldboden liegt tief im Schlummer. Frühzeitig nur der Vierterleser. Versucht, Entledigung im Kummer, streift durch der Dämmerung fahle Lücken, beim Mosterteppich, ihn geleitet über die Nacht zur Morgenbrücke, den Blick ihm über Grünes weitet. Vereinzelt darf er Tönen lauschen, die zaghaft aus dem Wittig steigen, verweist der Quelle einsam rauschen, das unermüdlich bricht das Schweigen. Im Baumkronengeäst ein Flattern, ein scheinbar aufgescheuchter Vogel, unter den steinen dösen Nattern, im Unterschlupf des Waldes Kugel. Die Schwammerl, ihre Köpfe recken, dem Morgenpflüge sich hingeben, der mit den Fingern seinen Kecken zulandt, auslöscht, des Pilzes leben. Ist alles noch Werden, Vergehen, das um uns greift und uns begleitet, wenn mitten wir im Leben stehen, ist unser Abgang vorbereitet. Die scharfe Sommerluft am Morgen schütt eingedüsterte Gedanken, die drüppend bangen Alltagssorgen, den Wanderer lästig umrankeln. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen, purifiziert gemüht sich der Verstand, es schwindet langsam all die Qualen, ein neuer Tag durchzieht das Land. Ein Donau-Gedicht, auch in der Nähe des Wienerwaldes, Morgens am Strom. Vogelsang durchbricht die Stille, Morgentau beleckt das Land. Regungslos, verlassene Zille, schlummert noch am Stromesstrand. Tagessandruck liegt in Wehen, ja, die matten Streifen fort, diese nachthafter, die Zehen, übers Wasser schwinden dort. Und im Osten röt ich Wälder, Sonntentackeln noch versteckt, feucht die blassen Uferwälder, zaghaft Leben sich drin drängt. Aus der Ferne gleiten Krähe, übersanfte Bogenschwähe, aus der uferlichen Schwähe schieben Kopf und Hälse her. Unentwegt, durch Aufwahl schlängelt, langsam mein Spaziergang schlägt Kopf. Tagespflicht, diesmal nicht drängeln, nur Gedanken sperren wird. Ein an einem Pfingstmontag entstand das Gedicht daher, keine Tagespflicht. Und jetzt haben wir noch eine Sommernacht im Wiener Wald. Die Tagesluft nun zaghaft schwindet, noch angeheizte Luft, der Abendtag mit Nacht verbindet, schließt elegant die Luft. Im Wiener Wald liegt langsam Ruhe, sich zögern ins Geäst. Aus prall gefüllter Dunkeltruhe sich schwarze Schleier lässt, hochsteigend hin zu Baumeskronen, gleich einer Trennungswand, in schlummernestern Vögleinwohnen, in Schlaf verfällt das Lamm. Schüchternde Mond die Sichel schiebet, durch Wolkennetze hin, nur der Romantiker noch liebet, den Anblick und den Sinn. Er klingelt heiter auch und Seele, im Herzen regt sich je die Sehnsucht. Ich mich heilwärts quäle, gedrängt, in der Abschiedswege. Haben wir noch Zeit? Geht noch? Ja. Ich habe noch einige wenige, die ich Ihnen vielleicht zugehör bringen will, damit wir das Thema abschließen. 1876 in einem anderen Band erschienen, und zwar Abendidyll. Die Abendluft im Dämmerschein, in blassen Lichtern in der Ferne, die Stadt will nicht mehr lärmend sein, im Glanz leuchtender Sterne. Der Windtauch legte sich zu Ruhm, nur ein entlegenes Lumpfes Rollen. Durch Fenster dringt die Kunde zu, fernes Gewitterrollen. Haben wir dann noch was? Abend 380, haben wir dann noch was? Am Himmelsbogenkranz. Das Lächeln Blumenmeer, dann Sonnengrußes Wiederkehr, den Alltag uns bekleidend. Des Windes streichelweise, bezerrte, blind und leise, Baumkronenteppich sacht. Erquicken blieb sich freuen, an Wolken weiß und bläuen, am Himmelsbogenkranz. Im Seelentief empfinden, wird Ruhe, Einkehr finden, für alltagslosen Glanz. Und jetzt schauen wir noch ein letztes, ein letztes Gedicht. Das nennt sich diesmal Sommernachmittag in Wienerwald. Wolkeninsel gleitend auf azudnem Grunde, Schneeweiß durch ariden Sommernachmittag. Dieser Anblick ist der Lohn der Ruhestunde, Augenbadend, Augenbadend ich auf Moskenmantel lage. Runddurchtränkte Wiese, langweilige Schatten, kühlen mich in paradiesisch stilles Sein. Lediglich die Wellen, sich im Flug begatten, stellen bald Ihr Liebes treiben ein. Tiefe Schlummern, lähmt die trägen Eichenwälder, sonnverwöhntes Blattwerk, döserträgungslos. Glutgetränkte, ernteabgewürbte Felder, harm, zweckentfremdet und bedeutungslos. Wehmuchtsvoll muss ich schlussendlich weiterziehen, Großstadtrube würbe mich alternativ. Wienerwald als Kurzzeitsegen zum Entfliehen einladend, ergerstlich immer uns schon rief. Ich danke schön. Dankeschön, Hans-Dama, für diese Einführung in die Atmosphäre des Wienerwaldes und in den Bezug zu Österreicher Bibliothek. Aber auch die Bandgedichte hätten ja doch einen traditionellen Bezug zu Österreich durch die Habsburger Tradition im Jahr, also viele unserer Wurzeln kommen ja oder stehen in Österreich fest. Falls Sie Ergänzungen oder Fragen hätten zur Präsentation bzw. zur Lesung. Bitte, Frau Komilanski. Ich lasse ich mir nicht nehmen. Ja, ich bin von der Stammachierdeck. Denn ich wieder wird gesagt, der Wiener Hans-Dama kommt. Oh, wie gut, wie gut, dann gibt es etwas Geisterreiches. Ich möchte doch immer wieder sagen, der zentlosche St. Nikolfoss, Hans-Dama kommt, denn er ist unser. So wie Goethe über Schiller sagte, er ist unser. Dabei bin ich nicht der Goethe, du schon über Schiller. er publiziert, der Hans-Dama, müssen wir denken, in Zeitschriften aus Deutschland, aus Österreich, aus Rumänien, aus Spanien, ich glaube, aus Mexiko auch. Also etwas, was uns nicht zuteil wurde und auch nicht werden wird. also ein ausgesprochenes Talent, nicht nur etwas großer Ambulanz, sondern besonders möglich, was eine Seltenheit heute ist. Denn nach meiner Meinung Lichter, zeitgenössische Lichter, in unserem Areal seine Größe gibt es sehr, sehr wenige. Da muss man wirklich wahr nicht nur einen Wortschatz sondern dergleichen besitzen, sondern auch seine Gefühlswelt leben aus dem das du kannst da er übersetzt. Aus Lucian Plaga, aus Nikita Stanescu, aus Vachovia, geschweige unsere hier Doklin Angel Numbrogliano und so da muss man ja handhaben mit der deutschen und rumänischen Sprache. Also Erhard Reimer nicht vergessen. Ja, 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 Entschuldigung, ja, natürlich, was, was, was mich immer anspricht, wenn ich seine Gedichte lese, als halbe Wienerin, Wienerin, Wiener Neustädterin, da meine Mutter in Wiener Neustadt geboren wurde, natürlich, Wiener Wald und, 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 aber seine Wann nach der Gedichte sind ein Seufzer, ein Aufatmen an, an seine ewige Heimat, denkend, sondergleichend. Als ich heute da herkam, sagte ich, Hans, so oft ich verzweifelt bin und meine Depressionen lebe, schreibe ich ein Gedichtband von dir auf und lese eines deiner Berichte. Gestern sprach ich mit der geehrten Frau Professor am Telefon und sagte, eben ist mir ein Brief zugeschickt worden von Autorität der Nationalen Aristotelialor, wo die mich wieder zu einem Prozess jagen und dann bin ich überhaupt sehr, sehr unbaut. Was habe ich gemacht? Ich habe nach dem Buch im Werden Reif Geh von Hans Damach gegriffen auf Serana Nebola, ja, genau, das Buch aufgeschlagen und eben zu dem Abschnitt Banater Gedichte oder wie das heißt Heimatsgedichte Banater Gedichte habe ich gefunden das Gedicht Banater Schwabenlos ich habe dabei geweint als ich das Gedicht las und ich möchte Sie bitten vor allem Hans Damach mir erlauben das Gedicht vorzulesen Haben Sie vielleicht von hier vorne vorzulesen Nein, nein, nein Ja, vorne für das Frau Föhrer bitte kann man es genau vorzulesen als ich als ich jung und geländisch war bin ich auf einmal nach vorne und jetzt lieber her jetzt lieber her ja also Banater Schwabenlos gelitten geworben gekommen geblieben geackert wie sie meinen sehen die fabrizipien die werden alle ja geschuftet entbehrent gerackert gestorben geboren vermehrt und getrost beschuldigt ertragen in demut mit stolz so ist der Schwabe geschnitzt aus dem Holz der Würde des Fleißes aufrecht im Tun drum lasst ihn im Schwinden im Frieden nun ruhen wo immer er ist heißt Arbeit sein Leben im Werken im Mühen entschlossen im Streben Geschichte sie lehrt uns gepaart mit Zeit sein Abgang ist nur eine Frage der Zeit kommen und gehen verschwinden im Schritt der Abgang ist nahe schleift täglich uns mit die Wunden sie heilen und Spuren wohl bleiben im Wandel der Zeit nur wer da geboren wurde und da aufgewachsen ist und die Arbeit am Feld manches Mal wenn wir auch Städter waren denn sie haben ja vor allem den Boden gesegnet die Banate Schwaben kann das Gedicht total miterleben und verstehen ich habe immer wieder gesagt mich könnte nur eins niederkriegen wenn ein dritter Weltkrieg wieder ausbrechen würde und ich meine Schüler zusammen mit meinem Sohn auf dem Bahnhof sehen würde abfahren und nicht wissen ob ich sie nochmals wieder sehe ein dritter Weltkrieg musste nicht ausbrechen ich habe alle meine Schüler gesehen abziehend aus dem Bahnat zuerst sind sie zu mir gekommen sich zu verabschieden und dann bis zuletzt nach der Wende auch meinen Sohn das einzige Gute war nach der Wende wusste ich ich habe die Chance sie wieder zu sehen aber jedes Wiedersehen ist ein Alter für mich so oft ich mit ihnen zusammen komme zum Glück hat es mich nicht nieder gepresst total es sind Augenblicke wo wir zusammen kommen so wie das jetzt sein wird in den künftigen Tagen Herr Halter Sarrweiz wieder und dann freue ich mich wieder wir sind doch noch eine Handvoll Menschen die eine Handvoll die noch die Muttersprache sprechen die Muttersprache und die irgendwie frohnen dem Ganzen was einmal war ob das mal wieder kommt weiß ich nicht weiß ich nicht ich schaue da wie geheiratet wurde wer wen geheiratet hat die Kinder meiner gewesenen Kollegen die Germanisch studiert haben sprechen kein deutsches Wort mehr ist das nicht traurig ich danke Frau Komilanski für das Lesen das Vorlesen des Gedichts und für diese sehr beeindruckende Ergänzung sentimentaler Natur natürlich möchte ich die Tatsache erinnern dass Herr Hans damals sozusagen die traditionelle Banat Lyrik fortsetzt denn wir haben in diesem Semester eben die Banat Gedichte und einige Autoren erwähnt die Naborationsgruppe Banat Richard Wallner Bossert ich möchte hier keine Gedichte von Bossert oder wenigstens eines erinnere ich weiter große Schwamm zu nicht war es sind Banat Gedichte die eigentlich Traditionsbruch mit der Banata Lyrik darstellt nicht in der Art wie sie heutzutage von Hans Dama geträgt wird falls jetzt noch Fragen oder etwas überlebt Ja ich wollte ja bitte Hans Dama du magst ach so ja du magst so viel Poesie im Wald ist das in Österreich erlaubt ja dadurch ich wohne an der Ambuße des Linerwaldes und bin unterwegs dort und somit kommt das so etwas zustande und hast du seine Insel seine ruhige Beruhig und erlernt noch von oben ein und schreit ja also da habe ich was gelernt du musst öfter in den Baden stehen auch Frau Konflanz sie müssen öfter in den Blätterdach das etwas abdremmt von den Fluglern nicht sehr gefährlich hauptsache in den Jampark zu gehen ohne einen Hund zu fühlen oder einen Fahrrad zu schief aber mein Genicht zu machen wenn es noch Vorstellungen gibt wenn nicht bedanke ich mich bei Herrn Doktor Magister Hans Dammer für die Präsentation des Lugls für die Lesung für die Ergänzungen und bei Herrn Balthasar Weiz für die Präsentation für die Ergänzungen eigentlich zu dem was hier vorgetragen wurde selbstverständlich ein herzliches Dankeschön auch an Frau Kobidanski für sagen wir fast Stammgast der österreichischen Bibliothek Tennis war die immer wieder natürlich die Anweserländer durch ihr Aufregen beeindruckt ich frage auf zu Menschen Welt können ihr euch vorstellen wie es damals aussah vor 55 Jahren die haben nicht so angeschaut also schau wen ihr da war das für ein altes etwas das hier vor 55 Jahren also ich sage eine der besten Deutsch und bei denen ich hospitiert habe waren ihre Stunden als ich hier Germanistik vor endlich studiert habe und ich glaube die Studierenden können sich das leicht vorstellen Dankeschön Hans dame Dankeschön weil ich danke ebenfalls und zwar Frau Professor Hubert und ihrem Team bzw. der Österreich Bibliothek für die Einladung danke Ihnen für die Teilnahme und für die Aufmerksamkeit Ellen her also vielen he vielen he let he hat we well he let he 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 has